Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leichtgemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und ich freue mich sehr, Dich heute bei der bereits achten Folge mit dem Titel Wein, der schäumt, Lammbruske und Methode en Central begrüßen zu dürfen. Ja, das ist heute die dritte von drei Folgen und damit die letzte aus der Schaumweinreihe und wir beschäftigen uns heute mit zwei Weinen, die zum einen unbekannt sind, das wäre die Methode en Central, und einer sehr bekannten Lammbruske, die aber selten eigentlich zu den Schaumweinen gezählt wird, unter Normalsterblichen und ja, ist aber ein Schaumwein letzten Endes und ich denke, jeder hat in seinem Leben ja schon mal Lammbruske getrunken. Dazu aber dann gleich mehr. Zunächst möchte ich dann erst wieder auf euer Feedback eingehen, dann gibt es die Key Facts, dann verkosten wir die zwei Weine und dann geht es weiter mit der Buchempfehlung der Wein der Woche und den Ausblick auf die nächste Folge. Ich hatte euch ja angekündigt bereits, dass ich vorhabe, mein Podcast mit Interviews anzureichern, die ich mit schillernden und interessanten Persönlichkeiten aus der Weinwelt führe und ja, drei habe ich ja schon im Kasten, da muss ich jetzt noch ein bisschen warten, bis es inhaltlich thematisch passt. Aber ich konnte einen Kurskollegen gewinnen, den Alper, der ist seines Zeichens Champagner-Experte und das passt natürlich jetzt als Abschluss zu unserer Schaumwein-Reihe bestens. Das heißt, die nächste Folge wird dann auch das erste Interview sein und das wird dann am 25. Mai erscheinen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich nehme die Interviews nicht in die Episodenummerierung auf, das heißt, die Interviews werden eine eigene Zählung erhalten, ich setze auch den Episodenzähler nicht für die Interviews, sodass, wenn wir in Zukunft von den jeweiligen Episoden sprechen, dann, wenn ich mich auf eine Nummer beziehe, hat es eigentlich immer was mit den originären Seminarfolgen zu tun und bei den Interviews werde ich dann Namen oder eben die Interviewnummer referenzieren. An der Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass durch die vielen Interviews und Sondersendungen es jetzt auch ein bisschen schwierig für mich ist, die Post-Production und auch das Hosting kostenfrei zu halten. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, nach langem Hin und Her und einen Spendenlink für meinen Post-Production-Anbieter in den Shownotes zu hinterlegen. Und zwar ist das Ophonic. Der ist eigentlich der bekannteste und auch meistverwendete Post-Production-Anbieter im Internet. Dort gibt es verschiedene Bezahlmodelle. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Interviews außerhalb des dreiwöchentlichen Rhythmuses erscheinen sollen, dann also zusätzlich sozusagen, dann kommt einiges an Bearbeitungszeit hinzu. Und das sprengt dann letzten Endes auch den Rahmen für meinen Podcast. Ich würde es einfach so machen. Ich spule die Interviews in meinen normalen Rhythmus ein. Und wenn der ein oder andere sich gemüsigt sieht, entweder über die Amazon Affiliate Links mich zu unterstützen oder eben über den Spendenlink bei Ophonic mir Post-Production-Zeit zu spenden, dann mache ich das einfach so. Je nachdem, wie viel anfällt, mache ich dann eine Sendung außerhalb der Reihe. Und wenn sich keiner dazu bereit erklärt, was auch völlig in Ordnung wäre, ich möchte den Podcast ja auch absolut kostenlos halten für euch, dann behalte ich einfach den dreiwöchentlichen Rhythmus bei. Ja, dann gehen wir gleich weiter mit den Feedbacks und euren Fragen. Das ist mir ja, wie gesagt, das Wichtigste an dem Podcast, mit euch in Interaktion zu treten. Ich kann leider mittlerweile schon nicht mehr jeden Einzelnen von euch erwähnen, aber versprochen bleibt, ich werde auf jeden Fall jedes Feedback kommentieren und mich dann bei euch mit einer Antwort melden. Aber nicht jeder kann es natürlich in die Folge schaffen. Da hoffe ich dann auf euer Verständnis. Aber ich picke mir natürlich immer noch den einen oder anderen raus, weil die Fragen und Anregungen überschneiden sich natürlich auch inhaltlich. Und deswegen greife ich dann den raus, der ein Repräsentant für die zuletzt am häufigsten gestellten Fragen sind. Dieses Mal hat sich unter anderem, wie gesagt, der Martin bei mir gemeldet. Und zwar hat er eine sehr gute und nachvollziehbare Frage nochmals zur Verfügbarkeit der besprochenen Weine gestellt, beziehungsweise hat er das Problem angesprochen, was mir selber auch schon aufgefallen ist, dass die verlinkten Bezugsquellen oder Händler zum Teil nicht mehr die Weine führen oder schon einen neuen Jahrgang im Angebot haben. Und er mit der Situation insgesamt ein bisschen unzufrieden war. Weil er eben den Wein, den ich explizit erwähnt hatte, ich glaube, da ging es um den Rotwein aus Folge 1 bei Rewe, nicht mehr bekommen hat. Grundsätzlich, wie gesagt, halte ich es ja mittlerweile so, Ich beschreibe die Weine für die jeweils nächste Runde am Ende einer Folge so, dass wenn ihr euch in ein Fachgeschäft begebt oder wenn es der Online-Shop hergibt, die Kriterien eingibt, dann müsste ein Wein rauskommen, auch wenn es nicht exakt der gleiche ist, der für unsere Zwecke ausreichend ähnlich ist. Ich kann total nachvollziehen, dass für euch oder für einige von euch die Situation unbefriedigend ist. Ich kann mich sehr gut an meine Anfangszeit in der Weinwelt erinnern. Wenn man dann Verkostungsnotizen gelesen hat oder Seminare besucht hat, dann wollte man unbedingt exakt genau diesen Wein haben. Weil man eben dachte, nur genau der Wein schmeckt mir jetzt und der muss es halt jetzt einfach sein. Kann ich nachvollziehen, wie gesagt, aber der Sinn und Zweck des Ganzen ist ja hier, dass ihr euren Geschmack selber besser kennen und beschreiben lernt. Das ist das eine. Und zum anderen ist es ganz entscheidend, den typischen Geschmack einer Rebsorte oder Anbauregion, geschützte Ursprungsbezeichnung, um genau zu sein, kennenzulernen und im Anschluss daran auch identifizieren zu lernen, soweit es sinnvoll ist und machbar ist. Das heißt, an dem konkreten Beispiel, wenn ich euch sage, wir brauchen einen Bordeaux möglichst von mittlerer Qualität aus dem vorletzten Jahrgang, der durchaus etwas länger im Holz gelegen sein darf, dann ist es am Ende des Tages egal, ob ihr jetzt genau den Wein bei Rebe bekommt oder ob ihr ein Konkurrenzprodukt habt, weil durch die gleichen Rebsorten, die verwendet wurden, durch den selben Jahrgang und auf diesem Qualitätsniveau schmecken die Weine natürlich zum Teil ein bisschen unterschiedlich, aber es geht uns ja darum, das Typische, das Gemeinsame, was diese Region oder diese Rebsorte ausmacht, kennenzulernen. Und selbst wenn jetzt den Wein, den ihr euch dann gekauft habt, ein bisschen anders schmeckt, vielleicht mehr Holz habt, vielleicht weniger, dann kann ich nur sagen, es spielt fast keine Rolle, weil als Einsteiger in die Weinwelt hat man in der aller Regel auch nicht so ein exaktes Geschmacksgedächtnis, dass man jetzt kleine Unterschiede in der Intensität der Holtfassaromen, um bei dem Beispiel zu bleiben, sich so gut merken kann, dass man im undirekten Vergleich das noch herausschmecken kann. Also wenn ihr die zwei Flaschen von mir aus gleichzeitig nebeneinander verkostet, traue ich jedem von euch zu, natürlich die Unterschiede rauszuschmecken, aber trinkt ihr die Flasche heute und die andere, die es zu vergleichen gilt, erst in vier Wochen, dann ist es natürlich ungleich schwerer, die Weine dann noch direkt vergleichen zu können. Soll heißen, lange Rede, kurzer Sinn, die Unterschiede zwischen den einzelnen Weinen, wenn ihr die Eckpunkte beibehält, sind so klein, dass ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass es für unsere Zwecke jetzt hier bis auf weiteres, bis auf Jahre hinaus, um genau zu sein, wahrscheinlich keine Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz, wer Lust hat, ich tue in den Shownotes immer noch den Bestelllink hinterlegen, das ist natürlich dann das Optimum, aber er kommt auch ganz gut mit Alternativen aus, weil wenn ihr jetzt schon ein bisschen länger dabei seid, habt ihr ja mitbekommen, dass ich ja immer drauf rumreite, was das Spezielle, das Einzigartige an dem jeweiligen Wein ist, den wir gerade verkosten und um das geht es dann auch und der nächste Schritt wäre dann sowieso, wenn man in eine Region angekommen ist, mehrere Vertreter zu verkosten, um eben ein Gespür dafür zu bekommen, was beispielsweise jetzt, nehmen wir das andere Beispiel, Silvana aus Franken, insbesondere von einer Bodenart, Muschelkalk, was Silvana vom Muschelkalk in Franken als gemeinsames Kriterium, als Gemeinsamkeit von den verschiedenen Weinen, die ihr mit diesen Kriterien probiert habt, was dort da die Gemeinsamkeiten sind. Also verzagt nicht, haltet euch an die Kriterien, die ich euch nenne und habt Mut, kauft auch da mal den anderen Wein, verzagt nicht, hört die Folge trotzdem, versucht es trotzdem nachzuempfinden und ich bin mir sicher, das bringt euch dann auch schon mal eine Ecke weiter. Gut, dann geht es gleich weiter mit den Key Facts. Die drei Key Facts von Episode 8 von Weinverstehen leicht gemacht sind erstens es gibt auch Lambrusco von höherer Qualität und seine Qualität leitet sich von der verwendeten Herstellungsmethode ab. Der zweite Key Facts ist, Petillon, Naturell und Methode Encentral bekommen keine Tirage und Dosage. Was das ist, erkläre ich euch gleich im Anschluss. Und Key Facts 3 ist, dass Petillon Naturell und Methode Encentral haben nur eine Gärung und es gibt sie meistens ungeklärt mit einer leichten Trübung. Ja, obwohl die beiden Weine von heute unser Lambrusco ein roter Schaumwein, das an sich ist ja schon eine Besonderheit und der Blanquette Methode Encentral zwei deutlich unterschiedliche Weine sind, haben sie doch drei Gemeinsamkeiten, die erstaunlich sind, aber auch irgendwo zwingend, allein weil die Herstellungsmethoden gar nicht so unterschiedlich sind. Und zwar haben beide Weine oder für beide Weine ist typisch, dass sie einen geringen Alkoholgehalt haben. Bei beiden Weinen findet keine Zweitgärung im eigentlichen Sinne statt und bei beiden Weinen wird die Gärung durch starkes Herabkühlen oder Unterkühlen des Gährenden Mostes erreicht. Damit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten und ich würde es deswegen heute gerne so machen, wir verkosten die Weine nicht parallel, sondern hintereinander und da es sich thematisch doch sehr voneinander unterscheidet, würde ich sagen, wir machen jeweils erst ein bisschen Theorie, Hintergrundwissen, da machen wir die Verkostung von Lambrusco als erstes und dann als zweites wieder ein bisschen Theorie und dann die Verkostung von den Blanquette Methode Encentral aus Limu. Dann die normale Vorbereitung für wie gesagt heute ein normales Verkostungsglas wie immer eine weiße Unterlage, die Weine sollten gekühlt sein und wer Lust hat, kann sich auf meiner Homepage nach wie vor die Verkostungsnotiz Vorlage runterladen, das dient dann wie immer ein bisschen aus Spicker für die Aromen, die man dann im Wein möglicherweise erkennen kann. Dann würde ich sagen, ich gehe die Weine holen und wir steigen dann gleich ein in der Verkostung. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Lambrusco geholt und wie gesagt jetzt erstmal ein bisschen Hintergrundinformation zum Lambrusco. Generell ist es so, dass Lambrusco zunächst mal ein kleines Imageproblem hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Lambrusco verbinde ich in erster Linie eigentlich mit meinen weintechnischen Jugend zünden aus dem Teenager Alter. Lambrusco war süß, leicht schäumend und vor allem günstig und er hat für den einen oder anderen lustigen Abend gesorgt und ich würde sagen, gerade jetzt im süddeutschen Raum, wo ganz gerne Urlaub in Italien gemacht wird und durch die Nähe auch entsprechend häufig hingefahren wird. Kennt zwar jeder Lambrusco, aber hat es eigentlich schwer, so ein bisschen aus der Schmuddelecke rauszukommen. Nicht ganz unverdient, weil natürlich viele Hersteller auch Lambrusco in ziemlich ausbaufähiger Qualität herstellen, nennen wir es mal so. Grundsätzlich der Name Lambrusco benennt zum einen den Wein, wie er nun mal ist, aber eben auch die Rebsorte, aus der er gemacht ist und meistens ist es auch so, dass Lambrusco reinsortig ist. Es darf noch an Celotta mit reinkommen, das ist eine sogenannte Färbertraube, ich glaube, da bin ich schon mal drauf eingegangen, das sind sehr farbintensive Trauben, wie zum Beispiel auch der Dornfelder, der bei uns ja hin und wieder mit dem Spätburgunder verschnitten wird, weil die Farbe beim Lambrusco natürlich sehr wichtig ist, er soll ein relativ farbintensiver Schaumwein sein. Rote Schaumweine sind generell eher die Ausnahme, ein bekannter Vertreter noch zumindest in seiner Heimat ist der Sparkling Shiraz aus Australien und hier und da gibt es auch in Deutschland rote Schaumweine, aber im Grunde ist das die totale Seltenheit. Hintergrund ist meiner Meinung nach aber dass straffe und mächtige Tannine aus roten Trauben im Prinzip nicht zu dem leichten eleganten Körper von Schaumweinen einfach passen deswegen kältert man die meisten Schaumweine eigentlich als Weißwein. Der Lambrusco an sich sollte jung getrunken werden er profitiert in aller Regel nicht von einem Flaschenlager und seine Heimat ist die Emilia Romana das ist die Region um Modena und Parma und es gibt auch dort geschützte Ursprungsbezeichnungen auf unserer Flasche heute wenn ihr die anschaut steht Lambrusco die Modena das ist eine DOC für einen relativ großen Bereich und innerhalb dieser oder fast gibt es Überschneidungen aber die meisten vier kleineren DOCs die liegen eigentlich alle dort drinnen da gibt es zum einen den Lambrusco di Sorbarra Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Lambrusco Reggiano und den Lambrusco Salamino di Santa Grosche diese vier sind kleinere Regionen und gelten allgemein als die besten Vertreter vom Lambrusco der letztere der Santa Grosche ist eigentlich der der aber für die große Masse verantwortlich ist und auch das geringste Qualitätsniveau im Allgemeinen erreicht gut dann komme ich jetzt noch auf die angesprochene Herstellung vom Lambrusco die in zwei Qualitätsstufen sich mehr oder weniger unterteilen lässt und zwar beim einfachen Lambrusco wird der Most zunächst komplett durchgegoren sprich trocken ausgebaut und dieser Grundwein kann dann ohne größere Kühlvorkehrungen gelagert werden und sobald dann der Bedarf für Nachschub da ist wird dann Reinzuchthefe zugegeben und der Wein wird dann mittels Moskonzentrat und Druckbehälter bis auf 2,5 Bar vergoren und anschließend geklärt und abgefüllt das ist die einfache Variante die teure Variante ist und das ist die die auch den höherwertigeren Lambrusco erbringt die Trauben werden nach dem Pressen unmittelbar auf 0 Grad abgekühlt und sobald dann eben wieder Bedarf an Lambrusco besteht wird die Temperatur langsam erhöht und es werden ihm Einzuchthefen zugegeben und sobald dann der gewünschte Süße Grad erreicht ist wird die Gärung dann mit Herabkühlen oder Unterkühlen unterbrochen weil die Hefen ab einer bestimmten Temperatur den Stoffwechsel einstellen das ist aber eine deutlich teurere Methode durch den Kühlaufwand erbringt aber bessere Lambruscos gut dann würde ich sagen das reicht zur Theorie dann steigen wir jetzt in die Verkostung ein und zwar nehmen wir uns zunächst mal die Flasche wie immer zur Hand generell muss ich sagen mir gefällt die Aufmachung der Flasche schon mal ziemlich gut ich finde es macht für mich einen qualitativ hochwertigen Eindruck wir dass es sich hier um einen Bio Wein handelt wie es auf dem Etikett erwähnt ist und hinten ist auch noch das EU Symbol dann steht drauf Vino Frizzante das ist ja die Angabe wie stark der Druck ist und als Wasser klassifiziert ist und wir sehen hinten auch dass der Wein gerade mal 10% hat was aber für ein Lambrusco eigentlich sehr typisch ist Trinktemperatur ist noch erwähnt 12 bis 14 Grad also diesen Schaumwein nicht ganz so kalt servieren wie es bei seinen weißen Mitstreitern der Fall ist Semisecco heißt halbtrocken das heißt wir dürfen hier noch eine deutlich spürbare Restsüße erwarten und was kann man noch zur Flasche sagen Demunziatione die Origine Controllata das ist eben der Hinweis dass es sich hier um eine DOC handelt eine geschützte Ursprungsbezeichnung was mich persönlich jetzt ein bisschen überrascht hat war dass keine DOC Banderole über dem Wein drüber ist vielleicht kann einer von euch Hörern darüber Aufschluss geben warum das so möglich ist oder warum das so gemacht wird dann öffnen mir mal die Flasche man sieht schon da ist ein Abziehband drin dass man die Kapsel schon mal so aufmachen kann die besteht jetzt in diesem Fall auch nur aus Kunststoff und nicht aus Aluminium nichts desto muss ich das Münzermesser jetzt bemühen um die Kappe weg zu kriegen und was man auch gleich feststellt was natürlich für einen Schaum ein bisschen überraschend sein mag es gibt hier weder einen Drahtkorb noch sonst irgendwie einen speziellen Verschluss es ist ein ganz normaler Korken den man mittels Korkenzieher öffnen muss aber von der Innenseite her dürfte der Weiner auch ein bisschen nachhelfen um den Korken dann raus zu kriegen aber das sitzt hier schon ganz schön fest drin hier schau mal dass ich ihn raus kriege ohne ohne dass hier alles überläuft das geht ganz schön schwer hier mein lieber Schwan geschafft das war mal eine schwere Geburt Halleluja das war jetzt eigentlich nicht zu erwarten dass der so fest hier drin sitzt man hört die Flasche schon schäumen und hier handelt sich es wieder um einen Granulat Korken allerdings von etwas höherer Qualität wenn ihr euch den genau anschaut dann seht ihr auf der Ober und Unterseite ist so eine Schicht Naturkork aufgeklebt und nur das Mittelstück ist aus Granulat ja das wird manchmal gemacht um einen höherwertigen Eindruck nach oben hin zu erwecken und nach unten hin dass der Wein nur mit Naturkork in Kontakt kommt und nicht mit vermeintlichen Klebstoffen oder so gut dann würde ich sagen schenken wir den Wein einfach mal ein so ja also da werden doch Kindheitsträume wieder wach oder werden in Erinnerung geweckt zunächst mal ja die Farbe wie immer als erstes hier handelt sich um ein deutlich dunkles Rubinrot wird sogar sagen das sind naja wohl gar nicht mal ich hätte jetzt gedacht im ersten Moment wir haben hier noch violette Reflexe ja im Randbereich zeigt sich noch eine leicht violette Tönung aber ich würde trotzdem sagen es ist ein intensives Rubinrot mit purpuren Reflexen und trotz allem ist der Wein transparent aber im Kern sieht man fast nicht durch der die Perlage war zunächst mal ziemlich heftig im Glas ist aber jetzt auch schnell verflogen das ist wie gesagt bei Fritzante jetzt nicht ungewöhnlich weil einfach die Kohlensäure nicht so perfekt durch langjährige Flaschenlagerung integriert ist der Schaum war auch leicht gerötet das kommt einfach durch die Intensität des Weines dann riechen wir mal in den Wein rein ja also was man hier als allererstes hat ist einfach eine überbordende Fruchtigkeit die natürlich durch die Kohlensäure schon selber aus dem Glas heraus drängt ich habe der Zwetschgel Pflaume Waldbeeren Heidelbeeren würde ich vielleicht sagen also wirkt auf jeden Fall schon mal sehr süffig fruchtsüß ja fast schon betörend würde ich sagen dann schwenkt man einmal ganz kurz ja also die Frucht steht hier eindeutig im Vordergrund dann probieren wir mal ja also was auffällig ist im Vergleich mit den anderen Schaumweilen die wir alle hatten die Perlage das Mousse im Mund ist nach kürzester Zeit eigentlich schon weg und er kommt einem im Mund vor fast wie ein Stillwein man hat man Perlage im Mund kalte Frage die unterstützt auch die Leichtigkeit der geringe Alkohol wirkt ja der macht den Wein sehr leicht man hat fast den Eindruck man trinkt eigentlich Limonade und ich denke das ist auch der Grund warum er zumindest bei mir als Jugendsünde gute Dienste erwiesen hat man schmeckt kaum Alkohol er ist der CSE Mousse Säcke also es ist noch im völlig normalen und anständigen Bereich was die Süße angeht ist sehr fruchtig und das ist ja das was sage ich mal den ungeübten Weinkenner ja immer ganz gut gefällt es muss fruchtig und nicht trocken sein das kommt gut an und die Länge vom Wein ich probiere es jetzt gerade nochmal na die Früchte wiederholen sich eigentlich ich finde es eigentlich ganz lecker muss ich auch sagen dieses beerige fruchtige rot fruchtige die Länge ist ziemlich kurz man hat ganz verhalten noch Tannine im Mund finde ich die Säure ist ganz gut eingestellt sodass der Wein auch nicht zu pappig wirkt und der Körper ist wie gesagt würde ich als leicht bezeichnen Säure gut Zucker halbtrocken steht auf der Flasche passt auch Abgang ein bisschen was bleibt zurück aber eigentlich ist der Wein mehr oder weniger aus dem Mund verschwunden wenn man geschluckt hat ich kann mir das sehr gut vorstellen bei einem Italienurlaub wenn es schön warm ist als Essensbegleiter ich finde der Wein ist für ein Lampusco sicherlich von guter Qualität also gibt es gar nichts zu sagen er macht Spaß zu trinken es ist für mich ein klassischer Sommerwein und das ist für Lampusco sicherlich ein vorzeigbarer Vertreter den auch nicht unbedingt nur Teenager trinken wollen und er ist eigentlich so wie er ist relativ typisch in seiner Art und Weise das ist eigentlich das was man erwartet muss man dafür aber auch ein bisschen mehr bezahlen wie das ganz billige Blöre die man vielleicht sich als Jugendlicher nur gegönnt hat aber ich denke Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut der Wein hat absolut seine Daseinsberechtigung Lambrusco ist einer der bekanntesten Weine Italiens und wenn er in so einer Qualität dargeboten wird wie hier finde ich darf man sich auch nicht scheuen das mal den Gästen möglicherweise anzubieten oder es sich einfach selber zu gönnen wenn man auf der Terrasse sitzt mit ein bisschen Parmaschinken und Baguette Weißbrot dann denke ich ist das eine super Kombi für Temperaturen jenseits von 25 Grad gut dann würde ich sagen wir steigen gleich rein in die Verkostung unseres nächsten Schaumweins den Blockette Methode Encentral und wir hören uns gleich wieder so dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Schaumwein mal wieder aus Frankreich der Wiege des hochkulturellen Weinbaus würde ich mal sagen und zwar behandeln wir ja heute den Blanquette de Limoux nach der Methode Encentral das ist eine besondere Herstellungsmethode die eine eigene Ursprungsbezeichnung hat oder eine geschützte Bezeichnung ist und zwar ist Limoux eine Stadt im Languedoc Rosillon das ist ganz im Südwesten von Frankreich an der Mittelmeerküste an den Füßen der Pyrenäen an der Grenze zu Spanien und dort gibt es eben das kleine Städtchen Limoux etwas im Hinterland gar nicht so nah am Mittelmeer etwas höher gelegen was dann natürlich zu einem kühleren Mikroklima führt und es liegt schon ein bisschen weiter im Westen sodass auch das atlantische Wetter aus der Biskaya Einfluss nimmt und für eine weitere Abkühlung sorgt die Methode Encentral heißt nicht zu Unrecht so also man könnte es vielleicht als antike Methode übersetzen und zwar geht diese Art der Herstellung auf das Jahr 1531 zurück das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen diese Art der Schaumain Produktion ist fast 500 Jahre alt wird nicht nur dort praktiziert sondern auch in anderen Regionen aber sie ist damit deutlich älter als das Champagner Verfahren was als traditionelle Flaschengärung bezeichnet wird aber deutlich jüngeren Ursprungs ist und die Methode Encentral ist im Prinzip die Urform der Schaumwein Herstellung wie wird das gemacht ich habe es schon in den Keynotes erzählt es gibt bei dieser Art keine Zweitgärung das heißt der Wein wird zunächst der Vergärung ausgesetzt mit Hefe ganz normal und irgendwann wird der Deckel zugemacht an dieser Flasche und das ist dann auch gleichzeitig die große Kunst den richtigen Moment zu erwischen weil die Süße des entstehenden Schaumweines wird nicht mehr eingestellt das wird normalerweise über die sogenannte Dosage oder Versand Dosage gemacht sprich in das fertige Produkt wird bei Champagnern oder Sekten die Dosage zugegeben dabei handelt es sich um eine konzentrierte Zuckerlösung aus Weinwurst um eben den Süße Grad einzustellen das wird hier aber nicht gemacht sondern die Gärung stoppt irgendwann von alleine wenn der Flaschendruck entsprechend groß ist dann stellen die Hefezellen ihren Stoffwechsel ein und es ergibt sich automatisch eine gewisse Restsüße die meistens gar nicht mal so gering ausfällt und das führt wiederum dazu dass die Weine auch wie schon erwähnt eher wenig Alkohol haben das heißt es wird auch keine zusätzliche Hefe hinzugefügt wie es bei der Champagner Herstellung ist das heißt das ist die sogenannte Tirage das ist eine Mischung aus Hefe und Zucker die normalerweise in den fertigen Grundwein zugegeben wird um die Zweitgärung in der Flasche zu starten das ist hier nicht der Fall keine Zugabe der Tirage es wird nur der Deckel drauf gemacht es findet alles innerhalb einer Gärung statt und die wird dann irgendwann auch durch Abkühlen gestoppt also sprich alles in einem Aufwasch ist zwar von der Dauer der Herstellung vielleicht kürzer aber natürlich ein bisschen diffiziler und anfälliger für Abweichungen weil man natürlich den Moment des Schließens und Stoppens der Gärung ganz genau im Griff haben muss um das gewünschte Ergebnis zu erzielen die verwendete Rebsorte ist Mossack wird dort in der Region aber Blanquette genannt was letzten Endes dann auch der Namensgeber für diesen Wein war der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt dass es noch sowas wie den Petillon Naturel gibt also oft auch abgekürzt als Petnut das ist so ein bisschen der heiße Scheiß im Augenblick in der Weinbranche zumindest im Schaumwein Bereich und was man damit meint ist natürlicher Schaumwein und das ist im Prinzip nicht unähnlich der Methode Encentral im Prinzip gibt es dort auch nur eine Gärung der gerne Most wird auf die Druckflasche gegeben die wird verschlossen und der Wein gärt dann weiter und damit löst sich das CO2 auch im Wein die Besonderheit ist an der Stelle dass die Weine meistens eine deutlichere Trübung haben wie die Methode Encentral und ja verspricht natürlich entsprechende Hefearomen weil der Wein dann ja auch in der Flasche noch mit der ganzen Feinhefe in Kontakt ist im Prinzip muss ich aber ehrlicherweise sagen sind die Unterschiede für mich zwischen diesen beiden Begriffen relativ gering aber wenn einer von euch dort nähere Kenntnisse hat worin der genaue Unterschied besteht oder was die Abgrenzung ist zwischen Methode Encentral und Petillon Naturel der kann sich bei mir gerne melden und ich tue das dann in einer nächsten Folgen nochmal aufbereiten gut dann würde ich sagen wir widmen uns einfach der zweiten Schaumeinflasche so dann wenden wir uns der zweiten Flasche zu unserem Blanquette Methode Encentral und schauen uns erstmal die Flasche wieder an ja was als erstes auffällt ist der Pilzkorken mit dem Drahtkörbchen der verspricht uns schon mal bisschen mehr Druck auf der Flasche wie es eben beim Lambrusco war und auf dem Vordere Etikett sieht man schon die Geschmacksrichtungsangabe Dues heißt süß und auf der Rückseite sehen wir noch die Alkoholangabe mit 6% wie erwähnt ist das für diese Art völlig normal und die Süße liest man hier noch Dues et fruit heißt so viel wie die Fruchtsüße also wie gesagt hier keine Dosage drin die Süße ist alles von der Frucht von der Originalfrucht die zum Vergären dieses Weines benutzt worden ist ja und auf dem Etikett wird noch auf das Erfindungsjahr hingewiesen 1531 dort wird zum ersten Mal quasi na oder für dieses Jahr konnte zum ersten Mal nachgewiesen werden dass der Blonkett erzeugt worden ist allerdings in manchen Quellen die gehen sogar auf das Jahr 931 zurück also nochmal 600 Jahre früher dass dort in dem nahegelegenen Kloster schon experimentiert worden ist damit also alles in allem eine sehr ja wie soll man sagen geschichtsträchtige jahrtausende alte Herstellungsmethode für Schaumwein was sagt uns die Flasche noch ja Limu wie gesagt ist der Ursprungsort das im Südwesten Frankreichs an der Mittelmeerküste liegt dann machen wir die Flasche mal auf hier ist kein ja da müssen wir einfach so rein ich helfe mir mal wieder mit meinem Münzermesser das ist zwar eine Banderole eine Riffelung ganz klassisch mit Pilzkorken Drahtkörbchen lösen runter machen und dann den Korken festhalten und die Flasche drehen und nicht andersherum zack da kommt der Korken raus ja man spürt schon ein bisschen mehr Druck auf der Flasche wie beim Lambrusco so ja also der Wein ist total klar das heißt dieser Wein wurde filtriert nach der Gärung ist vom mittleren Zitronengelb erperlt an mehreren Stellen feinkörnig auf ist total transparent und ich sehe im Augenblick keinerlei Übung so dann kommen wir jetzt zur Nase des Weines ja ich habe mir jetzt leider wieder schwere Erkältung eingefangen so langsam aber sicher verlässt jetzt auch mein Geruch Sinn mich leider wieder also die Intensität in der Nase ist für einen Schaumwein eher mittelmäßig würde ich sagen allerdings auch hier sehr fruchtbetont man kann die Fruchtsüße quasi auch schon erriechen an Aromen habe ich vielleicht Quitte oder Birne bisschen Stroh kommt es mir auch vor gelber Apfel vielleicht ja was weißblütiges vielleicht ein bisschen Holunderblüte noch ja dann probieren wir mal ja also der Wein kommt einem gar nicht so süß vor wie man jetzt vielleicht von der Etiketten Beschreibung her vermutet hätte ich würde jetzt auch vielleicht gar nicht mal sagen dass der gefühlt wesentlich mehr Zucker hat als der halbtrockene Lambrusco aber er hat noch eine schöne Säure das merkt man wieder daran wie sehr man im Mund einspeichelt nachdem der Wein die Mundhülle wieder verlassen hat deutlich feinperliger auch heißt der Lambrusco ja ich finde dass die Süße sehr sehr gut mit der Säure verbliebenen Säure im Wein eingestellt ist der Wein vermittelten relativ leichten Körper das liegt natürlich auch daran an dem sehr geringen Alkohol von 6% da bewegen wir uns ja fast schon in dem Bereich von Bier eine sehr feinperlige Mousse habe ich im Mund im Mund ist er auch sehr fruchtbetont von ein bisschen ein bisschen Hefe Aromatik kommt vielleicht noch mit in der Nase kann kann man sich auch noch mal ein bisschen Brioche ein bilden die Hevenoten die sind eindeutig vorhanden aber nicht so intensiv und exemplarisch wie wir es im Champagner Bereich haben ich würde sagen probiert die Flasche einfach nochmal für euch alleine ich muss sagen dieser Wein hat mir auch sehr gut gefallen es ist jetzt mal was ganz anderes was traditionelles was mich jetzt ein bisschen schade fand war dass der Wein total klar ist das ist ja wie gesagt der große Unterschied zu den Pet Nuts die alle hefetrüb sind weil das ist nochmal zumindest im Ausschank oder in der Präsentation mal ein bisschen was ausgefallen ist dass ein Schaumwein nicht ganz klar ist aber ich würde sagen nichts desto trotz ein für 10 Euro ein sehr fruchtiger Schaumwein mit dem man vor allem wahrscheinlich den weiblichen Trinkern Freude bereiten kann auf Empfängen oder Garten Partys ereignet sich jetzt wegen der Süße vielleicht sogar auch als Dessert Begleitung wenn die nicht ganz so süß ist und die 6% Alkohol liegen natürlich auch ein bisschen im Trend weil natürlich immer mehr alkohol schwache Weine nachgefragt werden ich finde 10 Euro gut investiertes Geld für diesen Wein das ist einfach das was das kostet ich finde es auch immer wieder spannend so alte Herstellungsmethoden auszuprobieren und zu schmecken den Lambrusco gibt es wie gesagt für 6 Euro damit ist er natürlich auch ein eher günstiger Wein aber für Lambrusco deutlich überdurchschnittlich ich wünsche euch weiterhin jetzt noch mit diesen zwei geöffneten Flaschen Spaß und meldet euch wie ihr die Stilistik fandet und wie ihr die beiden Weine empfunden habt ob euch sie zugesagt haben und nun zu dem buch was ich euch diese woche ans herz legen möchte ist zur abwechslung mal ein neueres buch bisher habe ich euch ja zum Teil ganz schön alte schinken ans herz gelegt heute mal ein buch das 2018 erst erschienen ist und zwar heißt es Champagner eine deutsch französische Affäre ja ich habe euch ja versprochen die Bücher sollen sich ein bisschen mehr auf das jeweilige Episodenthema beziehen deswegen nochmal eins zu Schaumweinen und ja aus deutscher finde ich es ganz interessant dass das französische Nationalgetränk so möchte ich jetzt mal Champagner nennen doch eine relativ starke Verbindung oder Beziehung nach Deutschland hat obwohl unsere beiden Länder ja auch ganz schreckliche Zeiten durchlebt haben lässt der Name von dem einen oder anderen Champagner Haus durchaus drauf schließen dass da möglicherweise deutsche Finger im Spiel waren also man denke nur an Teitinger beispielsweise das manche so war der deutsche Name Tetinger sagt man dann von mir aus auch und so gibt es eine ganze Reihe von Häusern die eingedeutscht worden sind Röderer Deutsch Bollinger oder Bollinger das sind alles Namen die eigentlich aus Deutschland sind weil in einigen Fällen deutsche Weinmacher nach Frankreich gegangen sind um dort zu arbeiten und letzten Endes für den kometenhaften Aufstieg des Champagners mitverantwortlich sind und in diesem Buch wird eben das besondere Verhältnis von der Champagne zu Deutschland beleuchtet es hat 192 Seiten kostet bei Amazon im Augenblick 22 Euro ausgebundenes Buch und wie immer findet ihr in den Shownotes den Amazon Affiliate Link wenn ihr über den bestellt könnt ihr mich hier ein bisschen für meinen Podcast unterstützen ich habe mir das Buch vor kurzem erst gekauft ich fand es sehr unterhaltsam und am Ende des Tages muss man festhalten dass die deutsche Perfektion möglicherweise ihr Quäntchen dazu beigetragen hat dass Champagner heutzutage das ansehen hat was er meiner Meinung nach zu Recht weltweit auch genießt so der Wein der Woche ist dieses Mal wieder ein Rotwein und zwar ein Syrah aus Chile Chile kann man sagen ist eigentlich ein super spannendes Weinbauland zum zum einen ist es natürlich die krasse Ausdehnung des Landes in Nord-Süd Richtung was dem Land natürlich unterschiedlichste Klimazonen beschert und zum anderen haben renommierte und langjährig erfahrene Weingüter aus Frankreich dort in den Anfangsjahren investiert haben ihr Know-how dort reingesteckt und haben zu einer wahnsinnigen Qualitätssteigerung beigetragen das alles führt dazu dass man heutzutage sagen kann Chile im Ländervergleich als Durchschnitt was natürlich schon die Aussage ein Stückchen relativiert und infrage stellt aber Chile ist sicherlich ein Land was einer der besten Preis Leistungsverhältnisse anbietet auf dem Wein Weltmarkt oder anders gesagt für sein Geld bekommt man in Chile mit am meisten Chile hat in der Zwischenzeit sehr viele verschiedene renommierte Anbauregionen hervorgebracht und heute haben wir von dem großen Hersteller Montes Alpha eben den Syrah aus 2012 Glas Montes Alpha kennt der eine oder andere bestimmt ist wie gesagt einer der Big Player die Kaiken Weine kommen auch aus dem Haus und Montes Alpha ist im Colchagua Valley zu Hause welches südlich von Santiago die Chile ist und das ist ein Tal in Nord-Süd Ausrichtung auch und versteckt sich hinter der ersten Hügelkette von Pazifik sodass das Klima dort eigentlich als nahezu perfekt gelten kann um dort hervorragenden Wein zu machen ich hatte den vor ein paar Jahren schon gekauft und hatte ihn jetzt in den Keller gelegt ich glaube der aktuelle Jahrgang ist meiner Meinung nach 2016 oder 2012 wir haben wie gesagt 2012 Entschuldigung 2016 oder 2017 ist aktuell im Verkauf und wir haben jetzt heute 2012 im Glas was schon eine gewisse Flaschenreife zeigt ja der Wein an sich ist Rubin Rot von mittlerer Tiefe er zeigt einen kleinen wässrigen Rand mit ein paar Pigmenten sodass man schon von einer gewissen Agglomeration der Tannine sprechen kann man sieht es auch am Depot in der Flasche und im Glas der Wein ist schön transparent und behinder Nase verspricht relativ viel Frucht Süße eingekochte Pflaumen würzig insgesamt da spricht natürlich der Syrah aus Kaffee was für einen ausgeprägten Holzfass Einsatz spricht insgesamt aber die Intensität von mittlerer Stärke eine doch größere Komplexität und eben auch schon die THCR Aromen aus der Reifung der Flasche die Tannine haben einen schönen Grip trotz ihrer Samtigkeit ein bisschen astringierend ist der Wein noch aber ich finde es durchaus angenehm die Säure noch knackig frisch die Aromen von der Nase wiederholen sie auch am Gaumen und der relativ lange Abgang ist von den Tanninen und vom Holz getragen der Alkohol über 14,5% der aber sehr gut integriert ist sodass er nicht allzu störend ist der Wein hat einen mittleren Körper und im Augenblick verkauft beispielsweise Havesco den Wein für 14 Euro wie gesagt im aktuellen Jahrgang nicht der 212 und ich würde sagen der Wein hat für seinen Preis ein überdurchschnittliches Qualitätsniveau sodass ich sagen würde es ist eine absolute Kaufempfehlung und ist ein gutes Aushängeschild das Syrah auch in Chile ganz gut funktioniert mich würde es wie immer interessieren wie euch der Wein gefallen hat lasst es mich auf einen der Kanäle eurer Wahl gerne wissen Ja dann kommen wir noch zu den Weinen für die nächste Episode wie gesagt die nächste Episode oder die nächste ausgestrahlte Sendung wird dann das Interview mit Alper sein dem Champagner Experten aus meinem Wein Akademiker Kurs die wird dann am 25. 5. ausgestrahlt werden und danach da freue ich mich dann besonders starten wir eine neue Miniserie und zwar wird die heißen Weine für die Ewigkeit da wird es dann in erster Linie um aufgesprittete und Süßweine gehen also landläufig manchmal auch als Dessertweine bezeichnet und wir starten diese Reihe mit portugiesischen Portweinen da bin ich schon sehr gespannt drauf ich trinke die Weine sehr sehr gerne da müsst ihr aber dann vielleicht auch vorher ein bisschen was gegessen haben weil Portwein was es im Detail ist erfahrt ihr dann natürlich in der Sendung aber die Weine haben um die 20% das heißt das geht dann schon direkt in den Kopf rein und wir besprechen dann die zwei wichtigsten und einfachsten Qualitäten bei Portwein und zwar wir werden einmal einen Tony Port probieren und einen Ruby Port hier ist es jetzt wirklich nahezu egal welchen Hersteller ihr euch kauft ich werde euch natürlich in den Shownotes wieder zwei Links präsentieren ich habe die beiden schon besorgt aber es ist gerade jetzt bei den Einstieg Portwein denke ich nicht allzu entscheidend welcher Hersteller es sind sowieso jahrgangslose Weine insofern vielleicht was das angeht wird das einer der einfachsten Sendungen sein also besorgt euch Tony und Ruby Ports fürs übernächste Mal und die nächste Folge ist dann am 25.5. mit dem Interview und die Portweine wird es dann am 15. Juni geben so das war es dann schon wieder für heute Episode 8 hat ihr Ende gefunden als Ausblick habe ich es jetzt auch schon mehrmals erwähnt beim nächsten Mal wird es wie gesagt das Interview geben dann steigen wir ein in die Süßwein Folgen das glaube ich werden vier oder fünf Sendungen insgesamt ergeben das sind leider Gottes auch zum Teil etwas höherpreisige Weine ich hoffe ihr habt trotzdem Bock euch die zu besorgen und einfach bei der Verkostung hier mitzumachen ich freue mich sehr über euer Feedback bleibt am Ball schreibt mir das macht mir die größte Freude mit euch in Kontakt zu treten und eure ganz individuellen Fragen zu beantworten ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit genussreichen Flüssen aus München euer Florian Tschau Servus